Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Feierfleiß bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Feierfleiß. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Okay, Digga, Gott. Dr. Akta? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie hat sie gerettet. Ich bring dich raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicher dir ausgehen. Lass sie nicht zum Kassel. Ich hab dich. Verdammt. Das ist... ...wirklich krass. Wie viel weiß, Allie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre... ...Immunität... ...bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück.